Da war ein blondes Mädchen mit Ball am Fuß und ich glaube drei oder vier Jungs sind hier in der Liga und wollten hier den Ball abnehmen, das haben sie nicht geschafft. Zweite Bundesliga-Saison für sie, die ist erst 18 Jahre alt. Das ist eine sehr interessante Außenverteidigerin, die auch offensiv stark ist, groß gewachsen, also auch Kopfball stark bei den Standardsituationen. Ich finde es halt schön auch bei den Fußballern ganz nah zu sein. Vor drei Sekunden war noch alles in Ordnung, vor drei Sekunden habe ich hier ganz normal gespielt, habe das gemacht, was ich gerne mache und dann einfach aus dem Nichts so zack, wird man da irgendwie rausgerissen. Heimspiel für Eintracht Frankfurt am achten Spieltag in der Frauenbundesliga gegen Karlsruhe als Jena. Als Camilla sich am Kreuzband belastet habe, war ich ausnahmsweise nicht da, also nicht im Stadion und auch nicht in Frankfurt, sondern wirklich am Wochenende weg. Barbara Dunst und die Frankfurterinnen zuletzt gegen Wolfsburg in der Liga, gegen die Bayern im Pokal, davor gegen die Bayern auch in der Liga. Jetzt mit Jena mit dem Tabellenelften, ein ja auf dem Papier etwas leichterer Gegner. Ich war essen und ich habe nicht mal das Spiel richtig geguckt, sondern habe immer so auf dem Handy so ein bisschen geguckt. Gegen Jena war ja auch gut. Ich habe gesehen, die führen 1-0, 2-0, 3-0 und irgendwann habe ich gesehen, die führen 6-0 und dann habe ich irgendwie das Handy auch weggelegt so ein bisschen und habe gedacht, also da passiert nichts mehr. Ich habe relativ lange gearbeitet an dem Tag und hatte dann entschieden für mich, dass ich das tatsächlich von zu Hause ausschaue, was eher ungewöhnlich war. Und ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit dann ist sie ja ohne Fremdeinwirkung dann auch liegen geblieben. Küwer zieht wieder auf ihren stärkeren rechten Fuß. Küwer verletzt. Das kam ja so schnell, ich meine, eigentlich wollte ich nur einen Richtungswechsel machen. Ich höre es knacken, ich spüre es knacken. Ich dachte ich auch, sie müsste jetzt ja dann, also sie wird schon wieder aufstehen. Ich habe dann gleich telefoniert und gehört, ja gut, wie es ihr geht und Verdacht war ja recht schnell da. Aus irgendeinem Grund wusste ich sofort, hatte ich sofort ein Gefühl, was es ist. Ich habe als erstes gedacht, sie ist nur umgeknickt. Also sprich, ich habe eher eine Verletzung am Sprunggelenk rum erstmal erwartet. Aber als dann die Wiederholung lief, bin ich eigentlich sofort ins Auto gestiegen und hergefahren. Das ist definitiv was Schwereres. Ich war nicht froh, ich habe das Spiel nicht betreut. Ich habe es aber natürlich am Fernsehen mitverfolgt und das war mir da schon klar. Und konnte das in der Zeitlupe auch noch ein paar Mal sehen. Häufige Verletzungen vor dem Kreuzband, ob tut ein linkes Knie. Ich glaube, sie kann nicht weitermachen. Hatte dann auf dem Feld auch gefühlt irgendwie 50 verschiedene Emotionen. Erstmal kurz gelacht, kurz geweint, kurz Panik gehabt, dann wieder tiefer entspannt. Früher habe ich sie zum Teil, wenn sie verletzt wurde oder gefoult wurde, habe ich sie vom Platz getragen. Da war mir klar, dass ich das jetzt nicht machen kann. Kann man nur wirklich hoffen, dass das keine schwere Verletzung ist bei Camilla Küwer. Und das ist so, vor drei Sekunden war noch alles in Ordnung. Vor drei Sekunden habe ich hier ganz normal gespielt. Habe das gemacht, was ich immer mache, habe das gemacht, was ich gerne mache. Und dann einfach aus dem Nichts, so zack, wird man da irgendwie rausgerissen. Ich durfte dann in die Kabine zu ihr. Sie wusste nicht, was los ist. Sie hatte eben dann schon, ich glaube, so eine Ahnung im Kopf, was es sein könnte. Der erste Moment war allerdings dann fast schon ein bisschen lustig. Ich kam rein, sie lag auf der Liege da, zugedeckt und gewärmt. Und neben ihr hockte dann Tanja und die beiden haben zusammen auf dem Handy das Spiel weitergeschaut. Das nimmt natürlich auch den Trainer mit. Das hat mir auch sehr wehgetan in dem Moment. Ich konnte mich über den Sieg gar nicht so richtig freuen. Und man hat auch der Mannschaft auf dem Platz angemerkt, dass danach auch nicht mehr so viel lief. Da hat sich Jena jetzt auch wieder ein bisschen gefangen und Frankfurt zieht auch nicht komplett durch. Das sind meine ersten beiden Saisontore und ja, freue mich natürlich echt. Aber ich muss auch echt sagen, die Verletzung von der Kamille überschattet das Ganze natürlich schon sehr. In Deutschland und USA ist das so, dass wir schon gerade bei Profisportlern auf jeden Fall dazu tendieren, die so schnell wie möglich zu operieren. In dem Fall war das München, ja. Da sind wir nach München dann gefahren und hatten sogar den ganzen Tag eine schöne Mutter-Tochter-Zeit, fand ich. Man hat ja oft mit so einem Sportlerkind nicht so viel Zeit sonst den ganzen Tag zu verbringen, weil ja immer was ist. Ja, und dann musste ich sie dann am nächsten Morgen dann abgeben, ins Krankenhaus gebracht. Das war wegen Corona natürlich auch so, dass wir gleich gesagt haben, dass man, ich durfte wirklich gerade die Tasche praktisch hinstellen und dann musste ich auch gleich wieder weg. Also das war irgendwie auch nicht so schön natürlich. Man wäre gerne dabei gewesen. Ich habe zu viel Fresse. Hallo. Na, Kleine? Na. Sieht doch gut aus. Man kommt halt in die Kabine rein und das hat man natürlich irgendwie sonst auch gefühlt jeden Tag gemacht. Jetzt war es halt anders. Also ich bin halt nicht in den Trainingslauten auch reinkommen. Erste halbe Stunde wie immer dann ausschießen und dann habt ihr nochmal ein paar wenige Minuten zur Verfügung. Ja, wenn ihr nochmal zwei, drei Schüsse machen wollt, ein paar Flugbälle spielen wollt und dann gehen wir rein. Und die Camilla wird heute ein bisschen zugucken. Ganz gut. Das ist auch schön. Und ja, deswegen, wenn sie schon zuguckt, erwartet sie auch ein gutes Training. Das, was ich mitbekommen hatte, dass eigentlich alle recht zufrieden waren, wie die OP verlaufen ist. Deswegen war ich da schon mal recht beruhigt. Aber am nächsten Tag kamen dann so die, also ich hatte krasse Schmerzen. Wir haben eigentlich immer nur noch mehr Schmerzen gefragt. Aber die waren dann auch irgendwann so. Also eigentlich, viel mehr können wir dir dann auch nicht geben. Dann kamen am nächsten Tag schon die ersten Füße und so, wir stehen jetzt mal auf und laufen ein paar Schritte. Die ganze Zeit nur auch heulen und dann eigentlich würde ich von mir behaupten, dass ich echt nicht so schmerzunkündig finde und das ganz gut aushalten kann. Aber in dem Moment habe ich echt dran gezweifelt. Also Kamilla, bist du jetzt total die Männer oder hast du wirklich so krasse Schmerzen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das muss so sein. Ich habe mich da so ein bisschen durchgequält. Im Dezember war ich zum ersten Mal in der Reha. Es war auch irgendwie krass, weil man wusste, okay, hier bin ich jetzt die nächsten, keine Ahnung, acht, neun Monate. Wird das hier so mein neues Zuhause sein? Wird das hier so Starbucks einapanisch ist? Wird das hier über etwas truck sein imії? Wir brauchen das hier so. Aber dann wird das hier ganzide. Aus dem Link in der L ska man управ'll match ist besser eine hun sk____daseinige Methoden. Wir brauchen das hier übersteigungsvarm. Und wir brauchen das hier zu müssen! Wie war's Training gestern? Carina meinte, du hattest auch ein bisschen Schmerzen gehabt. Ja, also diesmal hatte ich jetzt ein bisschen mehr muskulär Schmerzen irgendwie. Also so Oberschenkel zum bisschen hochgezogen, weil jetzt so Kniebeugen oder so ist. Obwohl gestern habe ich keine Kniebeugen gemacht, aber ich hatte, als ich die am Dienstag gemacht hatte, hatte ich da ein bisschen Probleme. Irgendwie jetzt gestern Beinpresse. Ja, also letzte Woche war ja richtig gut auch. Also da habe ich auch voll die Fortschritte gemacht und dann irgendwie jetzt diese Woche war halt irgendwie so Szeny. Aber keine Ahnung, hat sich alles so ein bisschen anstrengender und so angefühlt. Aber du hast nicht mehr Schmerzen als sonst oder generell keine Schmerzen bekommen? Nein, also im Alltag sowieso nicht, aber ja. Also heute zum Beispiel hat sich das schon angestrengter angefühlt, auch so in der Schule. Also da habe ich es auch schon mal hochgelegt, obwohl ich das ja eigentlich irgendwie, also das mache ich ja so gar nicht mehr. Gestern habe ich mich dann auch so richtig schwach gefühlt mit Training. Also ich war gestern richtig genervt auf der Drehgefläche. Irgendwie, ja keine Ahnung, habe ich einfach nicht so gut gefühlt. Und dann, aber auch am Mittwoch schon, obwohl das Regenerationstag war, aber ich war halt echt so müde einfach und fertig. Aber ich habe dann gestern Abend meine Tage bekommen, weil ich es mir erleichtert. Sehr gut. Aber ich finde schon krass. Also ich merke das richtig krass. Ein Unterschied. Ist auch, du hast hier jeden Tag Belastung. Jeden Tag viel Belastung, andere Belastungen auf dem Platz. Natürlich merkst du das. Ja, okay. Dann darfst du ins Training. Dankeschön. Bitteschön. Viel Spaß. Hoffentlich passt es dann jetzt letzten Endes. Ich meine, ah. Aber es sind ja schon mehr die Hose, oder? Ja, das kommt ja hier durch. Schauen wir mal. Komm, Willa, dann kannst du als nächstes Stopp drücken. Kamila, top ten in der Welt. Was sagst du dazu? Also, ähm, ist verrückt. Ist auf jeden Fall eine Ehre. Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Gold ist die größte Fußballplattform weltweit. Und bei den Next Gen Awards zeichnen wir jedes Jahr die größten Fußballtalente der Welt aus. Zur Auswahl stehen alle Spielerinnen und Spieler, die zu diesem Zeitpunkt noch Teenager sind. Das bedeutet 19 Jahre oder jünger. Also die Auszeichnung kam halt irgendwie überraschend, weil ich halt irgendwie so komplett aus dem Päck hergezogen wurde und irgendwie dann doch nicht so viel mit Fußballwelt in der Zeit zu tun hatte. Also neunter Platz irgendwie weltweit ist schon etwas sehr Besonderes und eine große Wertschätzung und war in dem Moment dann auch einfach eine große Motivation für mich, um weiterzumachen. Kamila ist sowieso immer motiviert, um Maximales abzurufen. Sie will alles erreichen, was man erreichen kann. Das ist auch gut so. Und ich glaube, so eine Auszeichnung ist nochmal eine Zusatzmotivation, wo sie merkt, oh, da bin ich ja wirklich auf dem richtigen Weg. Ist eine Bestätigung. Und dementsprechend hilft es ihr natürlich auch für die Zukunft, weil sie auch weiß, dass dieser Weg da richtig ist. Schon im Übelalter mit 17 Jahren in der Bundesliga zu spielen und dann auch noch in einem Pokalfinale in der Start-App zu stehen, ist sehr selten für diese Altersklasse. Und rechtfertigt dann auch ihre gute Platzierung bei Next Gym. Also es geht alles irgendwie um einen herum weiter und man hat dann einfach erstmal nicht so viel mit dem Fußball so zu tun. Ja, und das war so ein bisschen auch fast so eine kleine Erinnerung so ein bisschen. So, ja, du wirst hier jetzt nicht komplett vergessen, nur weil du jetzt verletzt bist und in der Reha bist. Deswegen, das hat schon geholfen auf jeden Fall. Sechs, sieben Monate war ich dann ja nicht drauf. Ja, und dann halt wieder auf dem Platz zu stehen und wieder die Fußballschuhe zu schnüren und nicht nur die Laufschuhe, war schon sehr besonders. Und ich habe mich auch mega gefreut auf den Tag. Ich war ein bisschen nervös so, ja, wie schlimm wird es sein? Wie sehr wird mir vielleicht der Ball verspringen? Das ist ja schon so der Moment, wo man merkt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass man am Ball war. Und vielleicht ein bisschen nervös, um zu sehen, wie viel fehlt da jetzt noch? Man war jetzt so lange in der Reha irgendwie geduldig, er war so lange nicht am Ball. Und wenn man dann wieder am Ball ist und wieder weiß, wie besonders ist und das ist ja auch so, man nimmt das ganz anders wahr, dann will man natürlich auch so schnell, wie es geht, wieder zu dem Gefühl zurück, was einem der Fußball halt davor gegeben hat, wenn man einfach total befreit aufgespielt hat. Das, was gefehlt hat, ist eigentlich das, was für mich der Fußball so besonders macht und was mir dann an Fußball auch so viel Spaß macht. Von den Herren geht es zu den Frauen. Für die geht es nämlich am Freitagabend los in der Flyer-Alarm Bundesliga der Frauen gegen den Vizemeister FC Bayern München. Vor mehreren tausend Zuschauern flutlich Spiel im Deutsche Bankpark. Natürlich kribbelt es da bei der Kapitänin Tanja Pawolek. Ja, wir freuen uns natürlich riesig. Ich glaube, es ist von jedem ein Traum gewesen, vor so vielen Leuten, Fußball spielen zu dürfen und dass es jetzt wirklich hier ermöglicht wird, ist natürlich super. Ich bin mir sicher, dass die Fans uns dazu bringen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden und wir freuen uns einfach riesig darauf. Man denkt viel, man ist so in einem Tunnel drin, man freut sich, man hat eine gewisse Anspannung, eine kleine Nervosität, die man braucht und ich liebe dieses Gefühl und es ist wie so eine Sucht. Also wie wenn du richtig Hunger hast und dann was zu essen bekommst. Ja, man ist irgendwie nochmal durch Frankfurt gefahren. Man fährt also am Main entlang und man weiß, man spielt jetzt hier irgendwie für die Stadt. Und freut sich halt total vor allem, auch wenn halt so Menschen da in Richtung Stadion laufen, ist das total Besonderes. Was ein Privileg jetzt im Deutsche Bankpark spielen zu dürfen, dabei sein zu dürfen, wie hier wahrscheinlich ein Zuschauerrekord geknackt wird. Obwohl, ja, irgendwie alle Frauenfußballerinnen, die davor gespielt haben, haben ja auch immer dafür gekämpft, haben ja auch immer gespielt. Haben das gemacht, was sie am meisten lieben, haben aber nicht so viel Aufmerksamkeit dafür bekommen oder nicht so viel zurückbekommen vielleicht auch. Ja. 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 Camilla war kein besonders typisches Mädchen, vielleicht durch diesen Bewegungsdrang, dass sie halt von Anfang an auch viele Jungsfreunde hatte im Kindergarten und auch sonst in der Schule später und viel getobt. Sie war tatsächlich immer sehr voller Energie und ich weiß, sie hatte irgendwie mit zwei Jahren diese Karre da verlassen und die ist nie wieder eingestiegen, sage ich immer, die ist immer nur gelaufen und meistens so die dreifache Strecke von uns anderen. Sie hat da unglaublich gern viel Sport gemacht, das war ja nicht nur Fußball, sie hat auch andere Sportarten in der Zeit gemacht, also alles, was irgendwie einen Ball hatte, ob sie Tennis gespielt hat oder Leichtathletik viel gemacht hat auch in der Zeit. Müller war damals als Neunjährige bei uns in der Sichtung, in der Schule und damals hat sie sich sogar für die Schule, für das Projekt der Leichtathletik entschieden und wir sind damals so verblieben, auch mit den Eltern, dass wir gesagt haben, okay und spätestens zur siebten Klasse sollte man dann eine Entscheidung treffen, welche Sportart man dann letztendlich komplett machen möchte. Und die war schnell, die war so schnell, die war schon schneller als der Ball, das war damals schon so. Und haben dann auch in der ersten Saison, als wir in Punkte spielen durften, das war in der E-Jugend, auch gleich den Aufstieg geschafft und das war schon eine tolle Erfahrung, die wir mit den ganzen Kindern, mit den Eltern, mit den Geschwistern, den Großeltern und auch mit den Spielerinnen und Spielern hatten. Sie hat, glaube ich, die ersten Spiele im Verein oder die ersten Trainings im Verein gemacht mit vier, fünf Jahren. Ist sehr stark getrieben, auch durch ihren Bruder, der ist drei Jahre älter. Der hat eigentlich angefangen, mit mir Fußball zu spielen im Keller, sobald ich laufen konnte. Da stand dann immer ein großes Tor drin, das heißt, ich habe da immer viel gespielt, als ich noch klein war und dann hatte ich ja auch gerade angefangen eigentlich mit dem Fußball. Wir sind ja hier neu eingezogen und da ging es ja darum, was für Teppiche und was für Fußbodenbelege man überall hat. Und ich glaube, am Ende des Tages war, glaube ich, der Kunststraßen im Keller war, glaube ich, der teuerste Belag, den wir im ganzen Haus hatten. Ja, da hat er dann immer alle möglichen Gegenstände aufgestellt und wo ich dann irgendwie drüberdribbeln musste, rumdribbeln musste, drüberlupfen musste. Und da ist sie dann schön immer so durch so Pamperskisten, die hatten wir da immer rumstehen, da ist sie immer durch. Als Camilla mal ganz klein war, kam sie mal hoch tatsächlich und hat geweint, weil Finn gemeint hätte, sie hätte nicht die Tore machen müssen durchlüpfen und nicht vorbeischießen an den Kästen. Und da hat er praktisch das Tor nicht gelten lassen. Ich glaube, sie ist mir da nicht nachtragend. Ich bin schon sehr ehrgeizig und habe schon hohe Ansprüche an mich selbst. Also ich würde sagen, oft ist es so nach dem Spiel, wenn ich nicht irgendwie sagen kann, okay, ich war jetzt vielleicht mit einer der Besten auf dem Platz, dann war ich eigentlich nicht zufrieden. Da haben wir das Finale gehabt, Jugendtraining für Olympia in Grünberg, Landesentscheid, wer gewinnt, fährt nach Berlin. Camilla war damals zehn oder elf, ich weiß es nicht mehr, und hat davor in den Spielen sehr viele Torchance vergeben. Ein knallroter Kopf, total enttäuscht immer, obwohl sie gut gespielt hat. Und dann habe ich den kleinen Mädels gesagt, pass auf, ihr macht jetzt alle die Augen zu und stellt euch einfach vor, du Camilla, wie du deine erste Chance bekommst und sofort ein Tor erzielst. Und dann machst du vielleicht noch eins und zu anderen habe ich gesagt, du verteidigst den Ball weg, du hältst den Ball. Und das Ende vom Lied war, nach sieben Minuten stand es 3-0 für uns und dreimal Camilla. Morgen ist ein großer Tag, Europapokal, Heimspiel der Eintracht. Und egal, ob die gewinnt oder verliert, es wird ein unvergesslicher Tag für elf Jungs und Mädels, die mit den Spielern hoch ins Stadion laufen. Da müssen sie morgen rauf, die letzten Stufen zum großen Europapokalspiel. Der große Tag für diese Jungs und Mädchen, die E-Jugend der SG Oberlederbach in Taunus. Die kleinen Kinder haben dann alle ihre Trikots angekriegt, die haben mit denen Übungen gemacht, haben Spiele gemacht hier. Und bei diesem Termin mit dem Hessischen Rundfunk hat die damalige Reporterin auch Fragen an Kinder gestellt. Die Kinder waren damals neun Jahre alt, zehn Jahre alt und entsprechend süß waren natürlich die Antworten. Ich finde es halt schön, auch bei den Fußballern ganz nah zu sein. Eine geschichtsträchtige Kulisse im Deutsche Bankpark in Frankfurt zum Eröffnungsspiel in der Frauenfußball-Bundesliga. Und eins kann ich Ihnen jetzt schon verraten, wir werden die Rekordmarke von 12.464 Zuschauern heute definitiv knacken. Ich kenne das Stadion halt sonst nur als Zuschauerin. Ich schaue mir natürlich auch immer gerne die Spiele der Männer an. Und dass man dann selber da unten auf dem Platz steht und die eine Tribünenseite war ja komplett voll. Das ist schon super besonders und dann gerade auch gegen so einen großen Gegner wie Bayern. Jetzt ist sie eröffnet, die Frauen-Bundesliga-Saison 2022-2023. Ich fühle mir natürlich bewusst, dass es jetzt mein erstes Pflichtspiel nach einer sehr langen Verletzung war. Natürlich will ich immer ne Rolle spielen und will natürlich auch, wenn ich eingewechselt werde, will ich mein Bestes geben. Aber ja, ich glaube auch da muss ich geduldig sein natürlich erstmal. Dass ich jetzt nicht wieder sofort von Anfang an spiele, ist auch klar. Das Schlimmste in meinem Beruf ist, eine Aufstellung bzw. einen Kader bekannt zu geben, weil es mir immer sehr, sehr schwer fällt, gerade wenn man diese Charaktere so mag und gerade auch, wenn man sieht, wie viel sie investieren und wie gut sie es auch machen. Die, die jetzt spielen oder die, die gespielt haben, haben natürlich auch ihre Berechtigung, da jetzt zu spielen, haben ihre Leistung gebracht. Deswegen, ja, habe ich natürlich meine Rolle so angenommen, wie sie halt eben war, habe versucht von außen zu unterstützen. Du willst niemanden dann auch da reinbringen, wenn es dann hart auf hart kommt und du in einem verfahrenen Spiel, was hoch und runter geht, das ist dann nicht so einfach. Nach dem Abpfiff, ich bin halt auf dem Platz, habe irgendwie meiner Mannschaft, meine Mitspielerin, wollte denen halt irgendwie gratulieren, weil es wirklich ein gutes Spiel war. Siehst du sie? Vor meiner Verletzung war ich dann ja irgendwie Stammspielerin und das will ich auf jeden Fall wieder sein. Also das ist ganz klar, ich glaube, jede Spielerin hat das irgendwie als ihren Anspruch, aber gerade auch, wenn ich halt eben dran zurückdenke, dass es schon mal so war, will ich da auf jeden Fall wieder hinkommen, wieder eine große Hilfe und große Stütze auch für die Mannschaft sein. Ja, nee, war gut, oder? Also mir hat es sehr gut gefallen. Die Spiel war echt cool. Die Stimmung war cool, ne? Ja, mega. Ja. Also zwei Daumen auf die Wand zu gucken, Sascha. Bundeswein auch verdient, ne? Also beziehungsweise einen Punkt auf jeden Fall, mindestens. Und wenn ihr mal richtig gewinnen könnt, finde ich, wäre das eher eh gewesen. Auf 83. Minute kommt Camilla und dann schöne Ecke und Kopfballtor von dir. Das hat uns doch gefehlt. Das hat noch gefehlt. Das hat uns doch gefehlt. Irgendwann anders vielleicht. Vierter Spieltag der Flyer-Alarm-Frauen-Fußball-Bundesliga. Die SG Essen empfängt Eintracht Frankfurt. Wir haben einen guten Kader dieses Jahr und Camilla, nach ihrem Kreuzbandriss, hat sich jetzt in den letzten Wochen ihren Platz heute erarbeitet. Und die Mädels haben es im Moment sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen da nur diese eine Änderung. Camilla Küwer zum ersten Mal wieder in der Startelf nach ihrer schweren Knieverletzung vor fast einem Jahr. Hier Eintracht von links nach rechts in weißen Jerseys, schwarzen Hosen und weißen Stutzen. Eintracht Frankfurt kriegt einen Freistoß zugesprochen nach dem Foul an Geraldine Reuteler. Und Barbara Dunst und Lara Praschniker stehen da und diskutieren noch aus, wer den Freistoß ausführt. Und es sieht nach Barbara Dunst aus. Dunst bringt den Ball rein in den 16er und da ist Küwer! 1 zu 0 und was ist denn das für eine Wahnsinnsgeschichte? Camilla Küwer zum ersten Mal wieder in der Startelf nach ihrer schweren Knieverletzung. Und dann macht sie ausgerechnet sie das Führungstor für die Eintracht. Gerade mal drei gespielt Minuten schraubt sie sich nach oben, sechs Meter vor dem Tor und köpft ihn über die Essener Torfrau. Und das Lachen, na klar, das steht hier ins Gesicht geschrieben. Was für ein Comeback von Camilla Küwer. Ja, ich bin natürlich mega froh, dass ich jetzt wieder ein Spiel von Anfang an machen durfte, nach der ganzen Zeit. Und ja, ich habe mir erst mal vorgenommen, die Basics irgendwie gut hinzukriegen, gut ins Spiel zu kommen. Die Freude war dann auch über den Sieg, aber auch über ihr Comeback sehr, sehr groß. Dass dann gleich am Anfang so ein Tor gelingt, ist natürlich umso besser. Fußball als Sport finde ich einfach so besonders und habe ich irgendwie nochmal ganz anders lieben gelernt in der Zeit, wo ich einfach nicht Fußball spielen konnte. Also es ist tatsächlich, ich war ja schon immer total fußballbegeistert und habe mir auch gerne mal Fußballspiele angeguckt und so. Aber jetzt mittlerweile ist es irgendwie so, ich schaue mir jede Fußballdoku an. Ich spiele irgendwie auch nach dem Training irgendwie nochmal im Garten halt einfach mit dem Ball hoch. Oder ja, bin jetzt sehr froh, dass ich den tollen Sport wieder ganz normal ausführen kann. Hoffe mich auch lange. Ja. 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 Ja.